Hallo Leute und Willkommen zu meinem Vlog Hier mit meiner Mutter Hallo Ja genau Ja und ähm Wir sitzen hier wieder in der Tram Wartet mal eben Wieder mit meiner Italy Cap Und hier auch wieder mit dem Zeichen da So Machen wir uns jetzt schon wieder auf den Weg zum Hotel Dann sehen wir uns gleich So Leute Wir befinden uns jetzt schon Auf dem Weg Zum Hotel Und hier neben sind noch ein paar Shops So Wir sind heute Also Sag ich mal was Ein bisschen zu einer kleinen Story Ähm Wir sind heute Mit Mit der Tram Wir sind nach Venedig gefahren Und sind dann mit dem Boot weiter Auf Auf So eine Insel gefahren Und haben dann Und sind dann da beim Strand gewesen Sind ein bisschen ins Wasser gesprungen Und Haben uns auch gesund Wie man sagen kann Wie man sagen kann So Am waren Dann waren wir ähm Gestern Waren wir noch Ähm Da waren wir auch in Venedig Haben da ein bisschen die Stadt Ähm Erkundigt Und ja Und ja Und ist ein Parkhaus Was Was denn So Wir werden jetzt auch langsam Ins Hotel kommen Denke ich dann bis gleich So Leute Jetzt sind wir im Hotelzimmer Erstmal zu zweit Meine Mutter kommt gleich noch nach Weil die gerade unten was gucken gegangen ist Und so So Hier draußen ist halt die Lichter Ich bin doch mal weg Ja Ich bin doch mal weg Ich bin doch mal was zu trinken holen Kommt jeder der Mutter Ja Ja So Da oben ist halt der Mond Und Ja Also sind halt ein bisschen dahin gegangen Und Ja Und Soll ich eigentlich noch sagen Egal So Dann würde ich sagen War es das schon mit diesem Vlog Ähm Das waren da so jetzt so eine kleine Erzählrunde So Dann würde ich sagen Abonnieren Und Glocke aktivieren Also Like Abo Und Glocke Dann verpasst ihr nichts mehr So Tschüssi Kowski